Hallo liebe Seelfreunde und Freunde des guten Geschmacks. Ahoi aus der Portküche. Heute Brotbacken auf Hoer See. Ich habe eine Schüssel mit Wasser vorbereitet. Da drinnen ist Brotgewürz. Und dazu kommt jetzt Zucker. Circa ein Teeleppel. Ich habe das in so einer Portionspackung. Und feinstes Mehl. Es ist in diesem Fall ein Weizenmehl Natur. Wir haben leichte Krängung. Wir haben so ungefähr 4 Euro vor Wind. Wir fahren mit vollem Segel an der Küste vor der Portemonturus. So, ich werde jetzt gerade schon wieder Schneemann wahrscheinlich. Okay, naja, es wird jetzt so sein. Als Anhaltspunkt für die Flüssigkeit habe ich in etwa ein Glas Wasser. Ein Glas Wasser. Das menge ich da mit einem Mehl. Und zwar in diesem Paket ist ein Kilo Mehl. Und ich nehme da meistens Eintritten davon. Heute etwas mehr, weil ich glaube, es wird nicht alles in der Schüssel landen. Das sieht gut aus. Wie gesagt, Weizen voll von Mehl. Es geht jedes Blut, der andere Mehl genauso. Und mit der Flüssigkeit ist natürlich dann zu variieren. Jetzt verteile ich das ganz leicht, aber ich denke das Wasser. Dann kommt Germ oder Trockenhefe. Eine Packung. Ich habe da schon mal was vorbereitet. Diese Hefe mengen wir genauso darunter. Und ganz wichtig für ein schmackhaftes Brot ist natürlich Salz. Und da empfiehlt sich eine Prise bis zwei. Je nach Salz, Gewohnheit. Und dann in der Eignung zu vermengen. Wir schauen, dass jedes Mehl mit Wasser benetzt ist. Falls Wasser, was wichtig sein sollte, kann man jederzeit nachfüllen. Und wir schauen, dass das dann schön zu einem hohenen Teig verarbeitet wird. Wir sehen jetzt schon, wie man das sieht, ich hoffe noch, dass das teigig wird. Und das Wichtigste bei diesem Kernweig ist, bei diesem Hefe-Teig, dass man Luft mit einarbeitet. Und man muss ganz viel Luft rein, damit diese Kulturen atmen können und der Teig noch schön gehen kann. Ihr seht, es wird langsam ein Teig. Ich kann jetzt auch mit der Hand nachhelfen und da kneten. Und schauen, dass ich da schön die ganze Teigmasse vermenge, durchknete. Und dann, nach dieser anstrengenden Prozedur, darf dieser Teigling, wird er jetzt genannt, unser währendendes Brot etwas ruhen. Und dazu formelt er so eine schöne, schöne Munde. Brotkugel. Unser Teigling schaut so aus. Der wird abgedeckt und darf jetzt auf einem warmen Platz ruhen. Und das circa eine halbe Stunde bis Stunde. So, eine Stunde ist vergangen. Unser Brot hat gehen können. Und sollte sich mindestens verdoppeln. Es ist jetzt doppelt so groß wie vorhin. Es hat einen ruhigen Platz zum Ruhen gehabt. Jetzt schlagen wir das Ganze nochmal durch. Ich mache es mit Löffeln. Ich werde ihn kurz benetzen. Und dann schlagen wir den Teig richtig durch, auch, dass da Luft reinkommt. Man sieht jetzt schon, dass da richtig viel Luft drinnen ist. Der ist schon fast cremig. Und der sollte nicht allzu fest am Rand wicken bleiben. Wenn man sich immer wieder lösen kann, dann ist es optimal. Und die Konsistenz, man sieht das, das ist so eine knetbare Form. Wunderbare Konsistenz. Immer wieder umrühren. Und durch Knäten, Luft rein schlagen. Das ist gleich fürs tägliche Workout. Ich werde es jetzt gar nicht übertreiben. So, diesen Teigling lassen wir jetzt noch einmal gehen. Und zwar habe ich da einen Metalltopf vorbereitet. Den Metalltopf, den lege ich mit Backpapier aus. Und da drinnen kann er wunderbar gehen. Ich nehme den Teigling. Den lege ich da rein. Nehmt bitte einen Topf, der aus Metall ist. Ohne Kunststofftrippe. So ein Kochgeschirr wäre denkbar ungeeignet fürs Backpapier. Und jetzt ist die Arbeit mit ganz normalen Bordmitteln. Kochtopf gibt es wohl auf jeden Schirr. Das Backpapier kurz vorgeheizt, dass es ein bisschen warm ist. Und da tun wir ihn jetzt rein. Und lasst ihn noch einmal circa eine halbe Stunde lang gehen. So, es ist soweit. Unser Brot hat lange genug gerastet. Es hat ein Volumen zugelegt. Und wird jetzt gebackt. So werden wir den Gas hochentzünden. Maximale Temperatur. Und wir leigen mit unserem Brot. Wichtig dabei ist, das Backrohr nicht vorheizen. Einfach das Brot mit dem Backrohr gleichzeitig erhitzen. So hat das Brot noch einmal die Möglichkeit, aufzugehen und noch einmal an Volumen zuzulegen, damit es schön flaumig wird. Zur Backzeit selbst ist ganz unterschiedlich, je nach Ofen von einer halben Stunde bis Stunde. Guter Tipp ist, wenn die Oberfläche so goldblaun ist, dann ist es meistens ein gutes Zeichen. Und einfach der Nase folgen. Man riecht es ganz gut und deutlich. Der ganze Duft von dem Brot geht durchs ganze Boot. Und die ganze Crew wird dich dafür lieben. Aber jetzt lassen wir es backen und dann schauen wir uns in das Brot an, wenn es fertig ist. Nach ca. einer Stunde Backzeit ist unser Brot nun endlich fertig. So. Ofen aus, Brot heraus. Ich stürze das Brot ganz einfach auf einen Teller. Dann kann es perfekt auskühlen. Der Topf eignet sich übrigens sehr gut. Zur Aufbewahrung gibt es einen Deckel dazu. Das Brot wird saftig und gut geschützt. Backpapier löst sich sehr leicht vom Brot herunter. Und ich darf präsentieren. Einen Brotlaib selbst gemacht. In der eigenen Bordküche. Viel Spaß damit. Probiert es aus. Es duftet lecker. Es schmeckt herrlich. Bis zum nächsten Mal. In der Bordküche. Danke. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020